Und dann, ja gut, bis wir fertig sind, dann brauchen wir die Wegpunkte unten nicht mehr, obwohl es nicht verkehrt ist, wenn wir da den einen oder anderen setzen. So, ich setze den einfach mal hier hin. Na, oder besser, hier so. So, das nennen wir jetzt hinzufügen. Ähm, naja, nicht Halbinsel. Ähm, Raketenproduktion. Richtig geschrieben? Ja, sieht so aus. Und da setzen wir eins höher. Bestätigen. So, der ist jetzt ganz unten. Muss ich nachher durchlaufen lassen. So, und dann will ich jetzt unten, da muss ich sowieso in den Quellcode dann rein, um das oben hinzuschreiben, dass die, dass manche Einträge oder bestimmte Einträge, nämlich die, die ich angebe, ganz oben stehen, in der Reihenfolge, wie ich sie angebe. Mein Gott, nervt das, dieses blöde Gehopse, weil man ja immer mit dem Kopf da an die Decke stößt. Aber ich will das jetzt hier nicht weitermachen. So, gut, weiter. Haben wir den Wegpunkt da oben gesetzt? Und jetzt buddele ich erstmal hier noch ein Stück. Mal schauen auf der Karte. Äh, von wo kamen wir denn? Von hier irgendwo. Ja, gut, also wir können da schon noch ein Stück vorangehen. Dann müssen wir mal in den anderen und schauen, wie weit wir... Das hätte ich eigentlich gleich machen können, aber naja, egal. Wir könnten es aber umgekehrt machen. Schauen, wo wir hier lang gehen. Ja, genau. Und dann im anderen weitermachen. Und dann aber am besten auch hier noch zur Sicherheit einen Wegpunkt setzen. So, aber ein Stück können wir jetzt hier erst nochmal. Dazu erst die Erde weg. Nee, das geht so nicht. Okay, so. Die ist ja weg. Und die ist ja weg. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Erde. So und so. Okay. Wie weit sind wir denn? Ah, schön im Meer hier. Hier, hier, da, ja gut, ein Stück können wir noch. Die fackeln mal da hin, weil der Kies ja sowieso... Achso, der Kies soll ja sowieso weg. Ja, machen wir erstmal... Wir machen jetzt erstmal den Zusammenschluss und dann gehen wir den ganzen Gang nochmal ab und machen die Wände. Wir müssen ja noch Gleise setzen und so weiter und so fort. So, der kommt auf diese Weise weg. Bislang sind wir aber nicht auf irgendwelche Tunnel und sowas gestoßen. Keine Gänge, keine Hindernisse. Bis auf das bisschen Erde. Aber das geht ja noch. Ah, es wird wieder dunkel. So, wie weit sind wir denn? Hier. Ja, gut. Ah, wir kommen ungefähr so von hier doch, oder? Ja, irgendwie so da. Ja, da kann man noch ein ganzes Stück machen. Wieder mal eine Fackel hinsetzen. Gleich hier und dort noch eine. So, der Rest kann jetzt mal so weg. Ja, da oben ist noch einer. Gut, das mache ich jetzt nicht mit der Fackel. Das dauert dann doch zu lange. So, okay, gut. Schön. Der weg, der weg. Ja, komm, den einen oder anderen kann man noch machen und dann eine Fackel setzen. Ah, da ist ja Wasser. Oh, okay, gut. Dann hat mich jetzt beherrscht. Oh, da ist aber... Moment mal, da ist eine größere Lücke. Hier, so und so. Ha, genau. Damit wäre er auch schon dicht. Da noch was? Nö. Oh ja, und Essen auch noch. So, gleich will ich noch mal schauen, wie weit wir sind. Ah, wieder Kies. Okay, ich mache mal eine Fackel hin. So, dann sehe ich wieder was. Und das machen wir so weg und so. Genau. Da und da und da. Ja, gut, wir können noch ein Stück. Wie sieht es aus mit dem Inventar? Oh ja, das ist schon ziemlich voll. Müssen wir bald wieder ausleeren. Und dann machen wir jetzt noch ein Stück. Ich habe noch... Ja, ja, ich habe noch Platz. Da kann man schon noch ein bisschen was machen. So, da. So. Da ist Lava rechts, aber stört uns nicht. Inventar ist auch noch nicht ganz voll. Aha, wir stoßen auf Erde. Ah, wie spannend hier unten. Wir stoßen mal auf Erde, mal auf Kies. Naja, das war jetzt hier schon nicht gemeint. So, aber es muss eben gemacht werden. Und wir sollten bald wieder was Interessantes kriegen. Nämlich den Zusammenschluss. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Ja, da habe ich eine Fackel. Ich arbeite mal ein bisschen im Dunkeln. Ne, ich mache mal so. Und so und so und so. Das hier weg. Ja, okay. So, wie weit sind wir? Da. Geht noch ein bisschen. Das Inventar ist auch noch nicht voll. Joa, haben wir noch ein bisschen Spielraum. Oh, da links ist ja auch Lava. Sehe ich gerade auf der Minikarte. Aber macht uns nichts. Wir kommen da noch weiter. So, äh, nee. Ja, okay, gut. Ist auch nicht verkehrt. Da haben wir nachzuschauen. Da, da, da. Also ich glaube, wir können noch bis zum, bis zum Ufer gehen. Ich will es eben vermeiden, äh, zu viel auszupuddeln. Denn dann muss ich das nur wieder voll machen. So. Ja, ja, Zombies. Äh. Nee, nee, nee. Richtiges Werkzeug. So. Ah, da haben wir wieder Erde. So, da, und... Sollte ich hiermit weg sein? Ja, genau. Oh ja, jetzt ist er aber bald voll. Hm, okay. So. Lassen wir so. Oh ja, jetzt müsste aber komplett voll sein. Ja, die bleiben liegen. Gut, dann setze ich da in der Fackel. Wir machen noch einen Wegpunkt. Ähm, das, das haben wir jetzt Geheimtunnel genannt. Okay. Dann nennen wir den jetzt Geheimtunnel 2. Ganz einfallslos. Ja, mach ich mal. Plus eins. Bestätigen. So, der ist jetzt ganz unten. Lassen wir auch. Aber wir deaktivieren das. So. Äh, und jetzt will ich gerne... Achso, nee, halt. Moment, wir müssen ja... Fertig. Genau. Wir müssen ja noch schauen, wo wir sind. Äh, wir haben jetzt hier... Bis zum Ende müssen wir bis... Minus 98. Bei Y. Ja, hier rechts unter der Minikarte. Minus 98. Genau. Minus 96, 97, 98. Genau, soweit müssen wir dann. Minus 98, gut. Also, merken. Und damit gehen wir ins Lager. Und entleeren das Inventar. Am besten gleich da. Hinein. Achso, ich kann ja das so machen. Okay. Dann. Füllen wir weiter auf. Da hat sich aber einiges angesammelt. So. Okay, und... Mal schauen, ob der Rest... Na, da rein passt. Ja, nicht ganz. So. Haben wir noch was übrig? Hm, der hier noch. Ja, genau. Den packen wir auch noch da rein. So. Soll mal alles zu glattstein verarbeitet werden. Den Rest haue ich jetzt einfach mal schnell da rein. Oh, die Fackel kann ich brauchen. Raus hier, raus hier. Das Bett bleibt da. Das, das, das... Das ist gar nicht so viel. Ja, okay. Ähm, noch ein paar Fackeln mitnehmen. So, die da weg. Und noch ein bisschen glattstein. Obwohl wir ja... Achso, ich habe ja gar nichts da. Äh, ja. Ja, was machen wir denn dann? Oh, da ist ja auch noch was hier. Das soll ja auch weg. Ganz übersehen. Wir buddeln jetzt erst den Tunnel fertig. Habe ich ja vorhin gesagt. So, und das da. Raus, raus, raus. Den Rest lasse ich da. Okay, Tunnel fertig buddeln. Minus 98 war das. Das heißt, wir müssen jetzt genau da hin. Und dann in die richtige Richtung laufen. Achso, aber da wollte ich ja das gleich alles fertig machen. Ja, genau. Stimmt. Ja, das machen wir auch weiterhin. Ah, nee, da ja nicht. Da sollen ja diese hin. So und so. Okay. Da. Da und da. Und dann hier. So und so. Gut. 98. Wir sind jetzt bei 41. Oh, da haben wir aber noch ein ganz schönes Stück zu machen. Ich lasse die in der Mitte erstmal. Guck mal. Ich setze die da nur dahin, wo es nötig ist. Also wo sonst eben nichts ist. Genau, ansonsten lasse ich die. Okay. Okay, weiter. Okay. Wir sind schon bei 25. Wir sind schon bei 25. Na, Creeper, was machst du jetzt? Oh, runterfallen. Okay. Oh, und zwar ziemlich weit. Sollen wir rechts sein? Da ist noch einer. Ja gut, fall du auch mal runter. Ich setze da schon mal hier was hin. Da. So, genau. Tschüss jetzt. Oh ja, das kann ich aber... Ja, nee. Da noch nicht. Aber hier. Und daneben kann ich das hier machen. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich... Nee, hier. Werde ich jetzt wahrscheinlich hier den Wasserweg abschneiden hier. Ja. Aber dann läuft das Wasser eben anderswo weiter. Da kommt ein Zombie an. Warte mal. Ich muss hier mal ein bisschen Platz machen. Erstmal den Zombie wegmachen. Denn der kommt jetzt ja hierher. So. Und dann machen wir hier zu erst mal. So. Nee, warte mal. Ah, jetzt sag ich... Ja, ich sag schon wieder, warte mal. Das wollte ich mir doch abgewöhnen. Ja, das mach ich auch. Ich halte das auch mal wieder auf hier. Äh, noch einer. Geh weg jetzt. Naja, da ist doch noch einer. Gerade wollte ich sagen. Gerade wollte ich sagen. Und dann ist hier wenigstens was los. Aber ich halte das auch mal wieder auf hier. Jetzt halte ich es aber auch mal wieder. Da um die Ecke sind wohl noch welche. So, ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen Ruhe. Äh, das hier ist so richtig, ja. So, von der Seite hier habe ich so ziemlich meine Ruhe jetzt. Schauen wir mal von der Seite. Wenn ich hier diese Reihe mache, dann kann ich ja zumindest schon mal keine mehr hoch. Jetzt werde ich doch mal hier in der Fackel hinsetzen, damit ich überhaupt was sehe. So, da und da. Okay, aber hier muss ich, ja, in der Höhe da noch was wegmachen. So, genau. Das passt schon mal hier. Das da kann weg. Dann so und so und so und so, genau. Okay. Ja, ja. Jetzt mal hier es weitermachen. So, da oben auch noch. Das ist ja schon wieder zu hoch dann. Und hier an der Seite. Ja, dann kann ich mal hier in der Fackel hinsetzen. So, dann sehe ich wieder was. Das kann erst mal so. Achso, nö. Das kann ja auch so gleich ganz weg. So, das habe ich ja vor, hier. Aber ich will jetzt erst mal hier zumachen, damit ich hier mal sicher bin. Also, jetzt kam zwar schon lange nichts mehr, aber wer weiß, was da sich noch so alles tummelt. Und dann den Weg hierher findet. Hier auch gleich zumachen. So, ja, genau. Hier haben wir auch alles. Sehr schön. Und dann machen wir dies hier weg. Und auch dieses hier noch. So, genau. Okay. Okay, so. Minus 98. Ähm, da. Wir sind bei minus 1 schon. Aha, guck mal hier. Da haben wir wieder einen Creeper. Nee, 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 nee. Pass mal. Äh, so. So. Und hier. Ja gut, das lasse ich erst mal. Aha, guck mal hier, was wir da haben. Da haben wir so. Ähm, Dingssteine hier, die so nicht weggehen. Ich verstehe nicht, warum das Schwert nicht gleich zuhaut. Also das war ja mal so. Das wurde ja mal vor längerer Zeit schon mal eingeführt. Dass es da so eine Abklingzeit gibt. Bis man wieder zuhauen kann. Aber beim ersten Schlag ist das doch nicht so. Oder habe ich... Nee, nicht getroffen? Weiß ich nicht. Doch. Na ja, nicht jammern, weitermachen. So, jetzt muss ich mal hier... Ja, dann mach ich mal da in der Fackel hin. Äh, und hier mal ein bisschen weiter, dass ich ein bisschen Spielraum habe. So, okay. So, jetzt muss ich mal hier... Ja, dann mach ich mal hier... Ja, dann mach ich mal hier... Ja, dann mach ich mal hier... Okay. Bis zum nächsten Mal.